Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Feister. Heute feiere ich die Heilige Messe wieder hier aus unserer Stadtfrau Kirche St. Peter und Paul. Der Streibel als Küster hat mit vorbereitet und feiert diesen Gottesdienstleute mit. Und wir beginnen mit dem Lied Nummer 81, 81, die erste und zweite Stimme. Lopet den Herren, alle die ihn wehren, lasst uns mit Freunden seinen Namen singen und Preis und Dank zu seinem Alter bringen. Lopet den Herren, wir haben so lieben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bewegt. Und aus dem Schlag uns fröhlich drauf erweckt. Lopet den Herren. Wollen wir mit Dank und mit all unseren Sorgen und Anliegen zum Herrn kommen und ihn bitten, dass er sein Erbarmen ausgieße über uns und über die ganze Welt. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden, um an unserer Seite zu stehen. Herr, erbarme dich unser. Du hast Kranke geheilt und Wunder gewöhnt. Christus, erbarme dich unser. Du rufst uns in die Fülle und in das Heil des Lebens. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Allmächtige Gott, erbarme sich unser. Ernehme von uns Sünde und Schulden, führe uns zum ewigen Leben an. Lasset uns beten. Beim herziger Gott, du kennst unsere Schwachheit und unsere Not. Doch je hinfälliger wir sind, umso mächtiger ist deine Hilfe. Gib, dass wir das Geschenk dieser Gnadenzeit freudig und dankbar annehmen und dein Wirken in unserem Leben bezeugen, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen, Lasst uns dem Gerechten auflauern. Er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er wirft uns Vergehen gegen das Gesetz vor und beschuldigt uns des Verrats an unserer Erziehung. Er rühmt sich, die Erkenntnis Gottes zu besitzen und nennt sich einen Knecht des Herrn. Er ist unserer Gesinnung ein lebendiger Vorwurf. Schon sein Anblick ist uns lästig. Denn er führt ein Leben, das dem der anderen nicht gleicht. Und seine Wege sind grundverschieden. Als falsche Münze gelten wir ihm. Von unseren Wegen hält er sich fern wie von Unrat. Das Ende der Gerechten preist er glücklich und prahlt, Gott sei sein Vater. Wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Ist der Gerechte wirklich Gottes Sohn? Dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Roh und grausam wollen wir mit ihm verfahren, um seine Sanftmut kennenzulernen, seine Geduld zu erproben. Zu einem ehrlosen Tod wollen wir ihn verurteilen. Er behauptet ja, es werde ihm Hilfe gewährt. So denken sie, aber sie irren sich. Denn ihre Schlechtigkeit macht sie blind. Sie verstehen von Gottes Geheimnissen nichts und hoffen nicht auf Lohn für die Frömmigkeit und erwarten keine Auszeichnung für untadelige Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Bei der Nummer 793 singen wir die erste und zweite Strophe. 793. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen nach. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch rückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil für das du uns bereitet hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen nach. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Wort. Christus, du ewiges Wort des Vaters, Ehre sei dir. Der Herr sei mit euch und mit deinem Christ. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes, Ehre sei dir. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, birgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Während Jesus im Tempel lehrt, heißt es im Evangelium, das wir gehört haben, ruft er aus, Ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich bin. Und doch hält er den Juden vor, denen, die ihm zuhören, Ihr kennt mich in Wirklichkeit doch nicht. Ihr meint, etwas von mir zu wissen und kennt mich doch nur halb oder noch weniger. Ihr kennt vor allen Dingen den nicht, der mich gesandt hat. Vielleicht können wir diese Zeit, in der alles etwas entschleunigt ist, in der man vieles von dem, was man sonst tut, nicht tun kann und von daher vielleicht etwas Zeit hat. Vielleicht können wir diese Zeit nutzen, um Jesus besser kennenzulernen. Jeden Tag einen Abschnitt im Evangelium zu lesen, wäre vielleicht eine sehr gute Möglichkeit, um ihm etwas mehr auf die Spur zu kommen. Denn es gilt wohl für uns alle, dass wir das Gefühl haben, etwas von ihm schon zu kennen. Aber ihn wirklich zu kennen, davon sind wir noch etwas entfernt. Nutzen wir die Gelegenheit, die Beziehung mit ihm zu stärken. Der Kontakt mit ihm kann immer unmittelbar sein, auch in diesen Tagen. Wir dürfen uns direkt an ihn wenden. Und die Gewissheit haben, er ist uns nahe. Er steht und geht an unserer Seite. Wollen wir ihn etwas näher kennenlernen, gerade durch die Begegnung mit ihm, auch im Wort des Evangeliums, das wir zu Hause immer weiter lesen. Amen. Einige Anliegen möchte ich mit in diesen Gottesdienst hineinnehmen, die ich gebeten worden bin oder die mir in letzter Zeit begegnet sind, könnte man sagen. Ich möchte beten in einem besonderen Anliegen. Ich möchte beten für ein ungeborenes Kind und für seine Eltern. Ich möchte beten für unseren ehemaligen Pfarrer hier in St. Peter und Paul, Pfarrer Müllenborn. Und ich möchte beten für Schwester Martina und den Konvent der Schervierschwestern, in dem sie wohnt. All diese wollen wir der besonderen Gnade und dem besonderen Segen Gottes anvertrauen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstoffs und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heils werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Lasset uns beten. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, das Opfer, das wir feiern, tilge unsere Schuld, damit wir in Lauterkeit den österlichen Tagen entgegen gehen, in denen der Ursprung dieses Opfers liegt. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Als Sanktus singen wir bei der Nummer 199. 199. Der Herr sei mit euch, deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit. Sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm, O Sag, Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte, Rachs, reicht es seinen Jüngern und sprachen, nehmt und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprachen, nehmt und trinket alle davon aus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi, Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt. Das will ich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, dein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie Jesus selber uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, herrlmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbauenden und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Essen. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, diesen in der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, diesen in der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, diesen in der Welt, gib uns deinen Schuldigern. Seht, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünden der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinen Lachen, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesungen. Erlöser, ich bin nicht täglich. Vielen Dank. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns von den Alten zu den neuen Zeichen des Heils hinübergeführt. Lass uns die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und neu werden in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Singen wir bei der Nummer 377. 377. O Jesus, all mein Leben bist du, ohne dich nur froh. Meine Tagung bist du, ohne dich nur froh. Meine Freude bist du, ohne dich nur leid. Meine Ruhe bist du, ohne dich nur streit. O Jesus, all mein Glaube bist du, ursprung allem ist. Meine Gott, nun bist du, mein Land des Gefichts. Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. All mein Leben bist du, Gott der Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch, mit deinem Geist. Es segne und bewahre euch und alle, die mit euch verbunden sind. Der Allmächtige und dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. 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 Untertitelung des ZDF, 2020